Hallo meine lieben Kreativen. Hallo und Gude aus Covalent. Es gibt tatsächlich mal ein Video, wo ich auch mal wieder ein bisschen mitschnacke. Ja, der Micha hat die Ehre, dieses Zuschauerpäckchen hier auszupacken bzw. aufzumachen. Ja, das Paket ist von der lieben Nadine von meiner Namensvetterin. Genau. Ja, ich weiß schon ein Teil, was drin ist. Ne, zwei Sachen weiß ich. Da müssen wir gleich noch kurz die Alina dazu holen, weil für die ist nämlich auch was dabei. Ja. Und ja, dann würde ich sagen, walte deines Amtes und mach dein Päckchen auf. Walte meines Amtes. Das ist ja echt gut verpackt. Ihr wollt mich doch alle nur ärgern. Passt auf, vorsichtig. Ja, ja. Spätert schon hin. Machet vorsichtig. Machet vorsichtig. So. Hör mal, die hat gut gelernt bei mir. Ja, ja. Gut, ihr lernt. Ich meinte, ich hätte das nicht verpackt. Hast du aber nicht. Ne. Vorsichtig. Ich hole gerade schon mal die Alina. Ja. Alina, kommst du mal bitte? Weil in dem Paket ist nämlich auch was für dich drin. Guck mal. Von der lieben Nadine. Guck mal, so. So. Spack dann mal aus. Genau. Hol es mal raus. So. Oh, süß. Süß. Der ist leer. Der ist alle. So, was sollen wir denn hier als erstes machen? Vielleicht erst mal den Brief öffnen. Hm. Ich würde erst mal den Brief sagen. Für Pinky und Micha. Für Alina. Und ich denke mal, das hier ist auch für uns. Dann machen wir erst mal den Brief. Dann guck erst mal nach, was da drin ist. Oh, was dick ist. Genau. Oh, wie süß. Wart mal, da ist dann noch was drin. Ja. Oh, wie süß. Ich habe echt Angst, das hier aufzumachen. Nicht, dass mir hier ein Stein abfällt. Ups. So. Das hier ist so eine Diamond-Painting-Karte, die man so aufstellen kann. Ja, cool. Die sieht ja richtig mega geil aus. Ja. Wow. Und hier ist auch noch ein Brief dabei. Liebe Alina, Pinky und lieber Micha. Ich wünsche euch und eurem tierischen Anhang eine schöne, besinnliche Adventszeit. Ich hoffe, euch gefällt, was noch im Karton ist. Es ist mit viel Liebe gemacht worden. Eure Nadine. PS. Vielleicht kann jemand die Rolle von euch gebrauchen. Die hier. Gucken wir uns gleich an. Also Gucken wir mal. Uh. Ich sage, das ist richtig schönes Briefpapier. Ja. Und da ist das Briefpapier drin. Das ist so schön. Wirklich. Ja. Vielen, vielen Dank. Und die Karte, die ist ja mal mega. Ja. Die kommt auch. Die kommt auch hier direkt bei uns oben hin. Ja. Sollen wir als erstes die Alina auspacken lassen? Warte, 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 warte. Das hier ist ja gleich für dich. Das machst du dann in der Kamera. Okay. Dann muss ich da rein. Richtig schön, ne? Ja. Die ist richtig, richtig schön. Und da sind Sondersteine drin. Die ist ja mal cool. Die ist richtig, richtig cool. Ja. Vielen, vielen, vielen Dank. So, jetzt tauschen wir mal gerade mit der Alina. Dann kann die Alina hier nämlich hin und gerade ihr Päckchen auspacken. Genau. So, wir tauschen einmal und danach darf der Micha sich wieder hinsetzen und dann darf der gucken, was da drin ist. Weil das ist ja für uns beide zusammen, gell? Sehen die das? Ja, jetzt sieht man's. Ja, muss erst mal Hallo sagen. Hallo. Ja, muss ein bisschen höher. So. Ja. Ich sag dir, wenn du draußen bist wieder. Ja. Warte, wir machen mal gerade ein bisschen mehr Licht. Nicht in meinem Auge. Richtig am Blenden. Ja. Willst du eine Schere haben? Nein. Nee? Gut, dann mach es. Schön vorsichtig. Ich mach das Papier voll. Das ist schön, gell? Guck mal hier, mach doch einfach hier die Klebestreifen aus. Nein. Machen höher, damit man das so sieht. Ja. Jetzt bin ich zu hoch. Nee, genau richtig. Das hast du sehr gut verpackt, ha? Ja. Ja, gell? Besser als Papa. Nein, Spaß. Spaß. Ich bin vorsichtig. Soll ich dir helfen? Nein. Gut. Das war gerade Spaß, Papa. So, okay. So, dann gucken wir mal. Ich muss ein bisschen höher. Mach ab. Komm. Jetzt sicher. Guck mal. Ja, so ein bisschen reiße ich es gerade ein. So schlimm ist das los. So. Hallo? Ja, ja. Ich mach doch gerade hier noch. So, jetzt. Oh, ist das süß. Guck mal. Warte mal, warte mal. Oh, ist das süß. Und was ist das? Ein Einhorn. Ein Einhorn, genau. Und guck mal hier. With love. Süß. Hat die Nadine für dich gemacht. Dankeschön. Ja, guck mal. So geil in den Farben, ne? Die du gerne magst. Ja. Ist das cool? Dann guck dir mal die Augen an. Warte mal. Kann man die Augen sehen? Guckt mal. Das sind Glitzer-Augen. Die sind ja cool. Danke. Freust dich? Ja. Kleiner Glücksbringer, ha? Das tue ich jetzt in einen, also so in einen, wie heißt das? An einen separaten Ort. Genau. Damit da keine Katze dran geht, gell? Ja. Ist das süß. Okay. Ja. Wolltest du noch was sagen? Ach so. Äh, danke schön. Ja. Ja, also Alina ist wieder knallrot, so wie immer, wenn die irgendwas kriegt. Ja. Die freut sich wirklich sehr darüber. Und jetzt ist der Micha dran. Ja. Ja, also beziehungsweise ist es für uns beide. Genau. Pflup. Pflup. Das schöne Band. Das ist schön, das ist eine schöne Farbe. Und das glitzert auch so schön. Für Pinky und Micha. Kann man das eigentlich lesen? Pinky und Micha. Was du kriegst, weiß ich schon. Ja, ja. Ja, ja. Ich nicht. Ich fange jetzt schon an zu lachen, dass die wegsit. Geil. So. Auch sehr gut zugeklebt. Sehr gut verpackt. Und richtig, richtig tolles Geschenkpapier. Auf jeden Fall. Das gefällt mir richtig gut. So. Weißt du, was das ist? Ja, das ist ein Lauch. Ja, und was sieht man da noch? Einen dicken Bauch. Das ist ein Lauch mit Bauch. Geil. Also, das ist echt gut gelungen, ne? Also, damit hätte ich ja jetzt nicht gerechnet. Weil, ne? Dein Spitzname ist ja Lauch. Mhm. Und einen Bauch hast du auch. Ich finde das so süß. Guck euch das mal an, ey. Sieht echt geil aus. Und dann hat die Glitzer auch da drin. Das ist so geil. Vor allen Dingen wirklich wie Lauch. Wie Lauch. Echt. Wie Lauch. Ja, soweit ich weiß, hat sie das sogar freihändig gehäkelt. Also, sie hat das ohne Anleitung gehäkelt. Das ist echt Wahnsinn. Das ist geil, ne? Leg mal hin, dann sieht man es vielleicht komplett. Guckt mal. Lauf mit Bauch. Da sieht man den Bauch. Das sieht echt gut aus. Steht hier. Made with love. Mit Liebe gemacht. Ja, das sieht man auch. Ja, richtig cool. Das ist mega. Echt, echt mega. Mega. Top Verkleidung. Passt ja farblich zu mir. Und das hier ist... Und das hier ist... Ein Paintingstift als Accessoire. Ach so, der gehört mit dazu. Für den Lauch. Für den Lauch mit Bauch. Für den Lauch mit Bauch, da. Aber der muss aber hier oben stehen. Der kommt hier oben hin. Ich finde das Ding so cool. Genial. Also, da hast du es echt. Echt top. Und das noch aus Hand heraus, ohne Anleitung. Mega. Top. Ja, haben wir alle ausgeklüngelt. Genial. Auf jeden Fall genial. Genial. Ja, Nadine. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Ja, vielen lieben Dank. Also, das hat mich jetzt echt mal zum Lachen gebracht. Top. Vor allem hier die Augen, die Nase. Äh. Echt genial. Ja, also was so Amigurumis angeht, das kann die Nadine richtig gut. Und jetzt kommt bestimmt wieder Amigurumis. Ja, ja, ich weiß, was Amigurumis ist. Ja, das sind Amigurumis. Und, äh, ja, ich bin da leider total eine Null drin. Also, ich hab das auch mal versucht, aber irgendwie krieg ich das nicht hin. Ach, der Baurauk genau in der Nette richtig schön. Wahnsinn. Hat einen Bierbauch. Ja. Der Lauch mit Bauch. Ja, hat zu viel Lauch geschnüffelt. Äh, äh, Bierbauch. Ja, wir suchen uns dafür auf jeden Fall ein schönes Plätzchen. Das wird hier auf jeden Fall hingestellt. Ich muss hier sowieso umräumen. Ja, wir müssen ja eh noch bauen. Ja. Aber echt top. Ja, wird das hier auf jeden Fall verewigt werden. Ein schönes Plätzchen kriegen. Genau. Ja, also richtig, richtig, richtig cool, Nadine. Vielen, vielen, vielen lieben Dank dafür. Ja. Ja, und auch Alina hat sich gefreut. Die hat sich das Einhorn direkt mit rübergenommen. Ich bin immer noch baff. Ja. Ja, wir machen gleich auf jeden Fall nochmal ein Foto von beiden Sachen zusammen. Und dann schenke ich dir das rüber, beziehungsweise wenn du dieses Video hier siehst, dann wird das Bild schon längst bei dir sein. Genau. Genau. Dann würde ich sagen, bis dahin. Passt auf euch auf. Lauch mit Bauch sagt auch Tschüss. Genau. Lauch mit Bauch sagt Tschüss. Ich finde das Ding so cool. Ja. Da war jemand kreativ. Ja. Ja, in diesem Sinne, winke, winke, bis zum nächsten Mal. Lauch mit Bauch. Tschüss. 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 Schuss.